Hallo liebe Kartenspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Face Cards aus dem Ravensburger Verlag. Das Ganze ist ein Spiel für 3-7 Spieler ab 10 Jahren mit einer Dauer von ca. 20 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spiele-Schachtel einen Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Face Cards. In der Spiele-Schachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine kleine Anleitung in zwei Sprachen. Dann gibt es einfach einen Haufen Karten. Darunter haben wir die Gesichterkarten, die Face Cards und dazu gibt es noch ein paar andere Karten. Da haben wir zum einen, mal schauen wo die drin sind, hier die Fotoalben von den Spielern und die Startspielerkamera. Und hier gibt es noch ein paar Blanko-Karten, mit denen man hier eigene Sachen mit ins Spiel bringen könnte. Die Katze, die Mutter, die Freundin oder sonstige Dinge, die man hier noch mit dazu nehmen könnte, um das Spiel zu personalisieren. Ja, insgesamt ist das aber schon der komplette Inhalt der Spiele-Schachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Aufbau funktioniert wie folgt. Ihr nehmt mal die Blanko-Karten und legt die zurück in die Schachtel. Die brauchen wir nicht. Die Schachtel könnt ihr auch in die Tischmitte stellen und da gespielte Karten auch gleich wieder reinlegen. Die ganzen Face Cards, die mischt ihr mal gut durch. Die gibt es in drei verschiedenen Kategorien. Personen, Dinge und Tiere. Und ja, wie gesagt, das mischen wir einfach mal gut durch. Und teilen dann an jeden Spieler sieben von diesen Karten aus. Spielt ihr mit mehr als fünf Spielern, dann kriegt jeder Spieler sechs Karten. Die anderen legen wir hier auf den Tisch. Das sind jetzt die Karten, die die Spieler haben. Ein Spieler bekommt diesen Fotoapparat. Der macht den Startspieler. Und dann kriegt jeder Spieler noch eines dieser Fotoalben. Und unter diesen sammelt man die gewonnenen Karten. Die restlichen Fotoalben kann man auch zurück wieder in die Schachtel legen. Und damit ist der Aufbau dann auch schon erledigt. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze funktioniert. Das Spiel funktioniert jetzt folgendermaßen. Die Spieler müssen jetzt jeweils aus ihren Handkarten sich immer zwei Karten raussuchen, wo Dinge drauf sind, wo sie denken, dass die anderen Spieler erkennen, dass diese beiden Karten mir gehört haben. Es werden später dann hier oben eine Reihe Karten ausliegen, wo die Karten der Spieler mit drin sind und auch Karten vom Stapel. Und jeder Spieler hat selber vor sich auch eine Karte, das ist das Gegenstück, was er rausgesucht hat, liegen. Und die Spieler müssen sich dann entscheiden für einen Spieler und sagen, okay, ich denke, dass deine Karte hier mit der Karte zusammenpasst. Und dann gibt es entweder die Karte als Punkte oder eben nicht, wenn es falsch geraten ist. Also das Wichtigste ist einfach, dass die Spieler jetzt aus den Karten, die sie in der Hand haben, sich jetzt zwei Sachen raussuchen, wo sie denken, da ist so viel gemeinsam, das können die Spieler erkennen. Hier gibt es eben drei Kategorien. Hier gibt es die Kategorie Personen, das ist hier unten so blau. Die Kategorie Tiere, das ist hier unten orange. Und die Kategorie Dinge, das ist rot. Und jetzt muss man sich einfach überlegen, was von diesen Karten, wo sind da zwei Sachen drauf, wo man sagt, das ist ähnlich. Das kann alles Mögliche sein. Gibt es eine zweite Karte, wo ein Hut drauf ist? Gibt es eine Karte, wo jemand weiße Haare hat? Gibt es eine Karte, die farblich irgendwie passt? Die auch schwarz-weiß ist von mir aus wie diese Karte? Gibt es irgendwas, wo ein zweites Tier drauf ist? Ja, da gibt es das Kuh gezeichnet und Nasenbären als Tier. Das wäre relativ, wenigstens das Tier gleich. Ansonsten gleiche Hautfarbe, hat es eine Brille auf, hat es einen Hut auf, tralali, tralala. Man kann sich wirklich die Gemeinsamkeiten überlegen, wo man einfach denkt, dass die anderen Spieler darauf kommen können. Und jetzt sage ich einfach mal, ich sehe hier nicht viel gleiche Sachen. Ich sage einfach mal, die beiden Tiere vermute ich. Da könnten die Spieler drauf kommen. Wie gesagt, das sind die Handkarten. Die zeigt man den anderen Spielern natürlich nicht, sondern sucht sich aus den Handkarten diese Sachen raus. Und dann nimmt man eine der beiden Karten, legt die verdeckt in die Tischmitte und die andere verdeckt vor sich hin. Und das macht jetzt jeder Spieler mit seinen Karten. Bei ihm zum Beispiel habe ich schon vorher zwei Karten gefunden, die natürlich super passen. Albert Einstein und ein Maori. Beide mit der Zunge raus. Ich denke, das sollte zu erkennen sein. Lege ich also eine hier hin und eine verdeckt vor mich. Und auch bei ihm habe ich schon geschaut und habe gesagt, ich nehme hier mal diese beiden Vögel. Das ist doch auch relativ eindeutig. Ich lege hier oben den Pfau hin und das andere Tier hier zu mir. So, jetzt liegen hier drei Karten aus von den Spielern. Und natürlich wollen wir das Ganze ja nicht zu einfach machen. Und deswegen, wenn man zu dritt oder zu viert spielt, kommen noch drei weitere Karten dazu. Diese Karten, die mischt man natürlich erstmal ordentlich durch, sodass keiner mehr weiß, welche Karten von welchem Spieler hingelegt wurde. Und dann deckt man die Karten einfach der Reihe nach auf. Und so liegen die Karten jetzt da. Und dann beginnt der Spieler, der die Fotoapparat-Karten bei sich liegen hat, und deckt auch seine Karte auf. Und das machen dann auch alle anderen Spieler. Das sind also jetzt die Karten, die im Spiel sind und die erraten werden müssen. Der Spieler mit dem Fotoapparat fängt an und überlegt sich jetzt, welche von meinen Mitspieler-Karten könnte ich denn erraten. Und er denkt sich, na gut, das ist ziemlich eindeutig. Und sage, okay, ich vermute, dass du hier den Albert Einstein und den Maori genommen hast, wegen der Zunge. Der Spieler sagt, ja, das ist richtig. Und dann bekommt eine Karte der Spieler, dem dies Ganze gehört, und die andere Karte der Spieler, der es richtig geraten hat. Sollte einmal etwas geraten werden, was in zwei verschiedenen Kategorien liegt, also eine Gemeinsamkeit zwischen einer Person und einem Tier, dann kriegt jeder Spieler sogar noch eine Bonus-Karte dazu. Und die nimmt man sich entweder hier aus der Schachtel raus, wenn da schon welche liegen, oder hier vom Stapel runter. Also wie gesagt, wenn jetzt ein Spieler ein Tier und eine Person hat und da eine Gemeinsamkeit gefunden hat, die ein anderer Spieler auch noch errät, dann gibt es zusätzlich nochmal eine Bonus-Karte obendrauf. Ja, jetzt ist unser Spieler hier in der Mitte dran. Und er schaut sich auch die Sache an und sagt, okay, ich vermute mal hier die beiden Vögel, das ist doch ziemlich eindeutig. Dann sagt er, ja, ist richtig. Ich nehme den Vogel und du kriegst auch diesen Vogel zu dir. Ja, und jetzt haben wir eine kleine Patz-Situation. Jetzt ist er hier dran und ihr hattet nur noch seine eigene Karte hier liegen. Wenn das der Fall ist, dann geht der Spieler leer aus. Er kann ja nichts mehr raten. Und dann kommen einfach alle Karten, die jetzt offen noch ausliegen, in die Schachtel zurück. Das kann durchaus passieren, wie wir jetzt schon im ersten Beispiel hier sehen. Und es gibt auch die Möglichkeit natürlich, dass kein Spieler irgendwas errät, dass also von allen Spielern die Karten noch da liegen. Da macht man einfach eine zweite Tipprunde mit den Karten nochmal. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, weil jeder schon mal etwas falsch getippt hat. Ja, in diesem Fall, wie gesagt, hat er jetzt keine Chance mehr, was zu kriegen. Legt seine Karte mit den anderen Karten, die offen noch da lagen, zurück in die Schachtel. Jeder Spieler bekommt zwei neue Karten zu sich. Der Startspieler, also der Fotoapparat, geht zum nächsten Spieler weiter. Und die Spieler suchen sich wieder entsprechende Pärchen raus. Das heißt, sie haben jetzt ja zwei neue Karten bekommen. Dann können sie mal hoffen, dass da irgendwas dabei ist. Hier zum Beispiel hätte ich für ein super Pärchen, glaube ich, Rauschebart und Rauschebart. Das ist doch ein perfektes Pärchen, was ich nehmen würde. Und so läuft das Spiel eben jetzt immer weiter. Und zwar geht das Spiel jetzt so lange weiter, bis jeder Spieler eine bestimmte Anzahl oft Startspieler war. Bei drei Spielern ist es so, dass wenn jeder Spieler dreimal Startspieler war, dann ist das Spiel vorbei. Bei vier Spielern ist es so, dass man so lange spielt, bis jeder zweimal Startspieler war. Und bei mehr Spielern, bis jeder einmal Startspieler war. Funktioniert eigentlich sehr, sehr gut das Spiel. Macht auch Spaß. Man muss ja wirklich schauen, wo man diese Gemeinsamkeiten findet. Hier hat man ja entsprechend genug Karten. Dadurch, dass die Karten jedes Mal neu gemischt werden und man jedes Mal andere Karten hat, muss man immer andere Gemeinsamkeiten finden. Also hier hat man auch einen hohen Wiederspielwert, wo sich nichts immer gleicht. Natürlich muss man so eine Art von Spiel auch mögen. Aber wie gesagt, so als Zwischendurchspiel fanden wir das eigentlich ganz witzig. Und gewinnen tut das Spiel natürlich dann der Spieler, der unter seinem Fotoalbum die meisten Karten gesammelt hat. Der ist natürlich dann der Gewinner des ganzen Spiels. Also wenn ihr solche Spiele mögt, dann schaut es euch ruhig mal näher an. Ich fand es wie gesagt ganz lustig mal für Zwischendurch. Kann man Face Cuts schon mal auf den Tisch holen. Das war sie, meine Spielevorstellung von Face Cuts aus dem Ravensburger Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus macht's das gut, euer Michael. Ich würde, vor allen Dingen Amen. Aber bei der Joeren kann man das gingen. Ich würde grad machen. H width, dann alle Tue in die 10 Minuten. Hey, anyways Geschichte. Mitt allora, was das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.